Hallo, vor ein paar Tagen waren wir gemeinsam, Klaus Franz und ich, bei Gute Mausbeck und haben ein Townhall-Meeting gemacht, wo wir uns den Fragen der Bochumerinnen und Bochumer gestellt haben. Hat Spaß gemacht, hat Freude gemacht. Es ging um die Zukunft Bochums. Und ich hatte schon das Gefühl, dass viele da waren, die auch großes Interesse daran hatten. Wie sieht Bochum 2025 aus? Wo wollen wir Bochum hinführen? Was sind die Chancen, die es in Bochum gibt und wie können wir sie nutzen? Gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, mit der Opelfläche, mit unseren Hochschulen. Was kann man da nach vorne bringen? Wie kann man das miteinander verknüpfen? Wie kriegt man Produktion, Technologie und Gründergeist in Bochum vereint? Aber auch unten die Themen von Wohnen und Haushalt in Bochum gab es eine Menge spannende Fragen. Und ich finde auch spannende Antworten. Fällen Sie Ihre Entscheidung zur Wahl am 13. September und wählen Sie den richtigen Oberbürgermeister für Bochum.